Wenn du endlich in der realistischen und gegenständlichen Acrylmalerei weiterkommen möchtest, dann möchte ich dir hiermit meinen Masterkurs ans Herz legen. Was genau ist denn dieser Masterkurs? Der Masterkurs ist ein Online-Videokurs, auf den du immer Zugriff hast. Das bedeutet, du kannst dich mit deinen Zugangsdaten von jedem beliebigen Gerät einloggen. Egal ob von deinem Smartphone, Tablet, Laptop oder PC. Und das Beste, sämtliche Updates, die in Zukunft kommen, sind für dich kostenlos. Was sind das für Videos? Mit diesen Videos lernst du das realistische und gegenständliche Malen mit Acryl von Grund auf. Von den Grundlagen bis hin zu anspruchsvollen Acrylgemälden erfährst du alles Schritt für Schritt, um am Ende Erfolg zu haben. Sämtliche Gemälde, die in diesem Kurs gemalt werden, werden in Echtzeit vorgestellt. Mit der dazugehörigen Farbpalette. Und natürlich wird ausführlich erklärt, wie dieses Gemälde entsteht und auf was du achten musst. Dieser Masterkurs ist ideal für Anfänger geeignet, aber auch für Fortgeschrittene, die noch mehr aus ihren Acrylgemälden holen möchten. Diese Videos erklären dir Techniken, mit denen du am Ende ausdrucksstarke Acrylgemälde erschaffen wirst. Zu diesem Kurs gibt es noch das beliebte E-Book Realistisch malen mit Acryl, sowie 50 Malverlagen, die du herunterladen oder ausdrucken kannst. Wie läuft das Ganze ab und wie sieht der Kurs aus? Komm mit, ich zeig's dir. Nachdem du den Kauf abgeschlossen hast, bekommst du sofort eine E-Mail mit deinen Login-Daten. Auf meiner Website findest du oben im Menü den Login-Button. Da klickst du dann drauf und bekommst dieses Fenster zu sehen. Hier beim Benutzername gibst du den Benutzername ein, den du in deiner E-Mail bekommen hast. Und beim Kennwort gibst du das Kennwort ein, das du mit deiner E-Mail bekommen hast. Wenn du möchtest, kannst du eingeloggt bleiben und dann meldest du dich einfach an. Dann bekommst du dieses Fenster zu sehen und wählst deinen gekauften Kurs aus, in diesem Fall Masterkurs. Das hier ist die Oberfläche und auch das Herzstück von deinem Masterkurs. Der Kurs ist eingeteilt in Grundlagen, Erste Schritte, Fortgeschritten und Bonusmaterial und kann natürlich jederzeit erweitert werden. In der Rubrik Grundlagen findest du wissenswerte Videos, welche dir einen einfachen Einstieg in die faszinierende Welt der Acrylmalerei geben. In der Rubrik Erste Schritte geht es einen Schritt weiter. Hier werden dir die Geheimnisse der Acrylmalerei anschaulich und einfach erklärt. Im Bereich Fortgeschritten bekommst du dann den Feinschliff und es werden Techniken eingehend trainiert. Ganz unten findest du das Bonusmaterial. Hier kannst du das E-Book herunterladen und kommst zu deinen Malvorlagen. Glaube mir, mit diesem Masterkurs bekommst du ein Komplettpaket, mit dem du in Zukunft beeindruckende Acrylgemälde erschaffen wirst. Und falls du mir das nicht glaubst, dann schau dir doch einfach die Bewertungen an, die dieser Kurs bereits bekommen hat. Nichts motiviert mehr, als ein geglücktes Gemälde in Händen zu halten. Der Masterkurs zeigt dir, wie es geht. Du hast noch Fragen zum Masterkurs? Dann schreib mir einfach eine E-Mail. Ich versuche dir dann möglichst schnell zu antworten. Wo finde ich diesen Kurs? Den Link zum Kurs findest du in der Videobeschreibung. Acrylfarben sind einfach genial und setzen deiner Kreativität keine Grenzen.